Ja, wir wollen immer wieder mit den CEOs von unserem Portfolio-Unternehmen 10xDNA sprechen. Ich bin mit dem Paul aus unserem Research-Team und wir haben Glück, denn Gunther von Meier-Burger hat heute Zeit für uns. Hallo Frank, grüß dich. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit findest, um uns zu sprechen. Wir sind ja bei euch investiert und wollen jetzt mal ein bisschen einsteigen, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Fangen wir erstmal ganz vorne an, nämlich bei der Solarindustrie. Wir hatten ja mal eine sehr große Solarindustrie in Europa, dann hatten wir gar keine mehr und ihr baut die jetzt auf. Führen uns doch vielleicht mal ganz kurz zwei Minuten, was ist eure Geschichte, wo kommt ihr her, dass wir mal so ein bisschen größer sehen, was macht ihr eigentlich? Meier-Burger ist ein Schweizer Traditionsunternehmen. Wir feiern in diesem Jahr 70 Jahre Geburtstag, gegründet 53 von zwei Herren, Hans Meier und Erich Burger. Die haben sich aufgemacht, für die Schweizer Ohrenindustrie Maschinen zu bauen, explizit die Saphirgläser zum Beispiel, die Ohrengläser heute sind und auch Ohrensteine für mechanische Werke. Mit dem Wissen ging es dann in die Halbleiterindustrie in den 70er Jahren für Wafer-Schnallsysteme. Bis heute werden die genutzt, auch in der Halbleiterindustrie. Und ab dem Jahr 2000 ist Meier-Burger dann massiv in die Photovoltaik eingestiegen, de facto als der größte Technologien-Equipment-Lieferer, der die gesamte Industrie ausgestattet hat. Also eure Geschichte ist also erstmal sehr, sehr viel Tradition in der Schweiz und eigentlich seid ihr erstmal gestartet, um zu sagen, wir helfen der Industrie, Werkzeuge zu haben, womit sie dann die Solarzellen herstellen können. Und wie ging es dann weiter? Weil heutzutage habt ihr eine komplett andere Strategie. Wir sind, so kann man das beschreiben, ein Stück weit Opfer unseres eigenen technologischen Erfolges geworden und ein Stück weit auch begründet durch die Entwicklung der Märkte. Das heißt, ab dem Jahr 2012, 2013 hat es eine Fokussierung in China gegeben oder auf China. Das heißt, die Arbeitszeitung war dann Technologie und Produktionstechnologie und Maschinen aus Europa nach China, von dort die Module wieder zurück. Und wenn man so ein Geschäft betreibt als Maschinenbauer, dann investiert man natürlich mindestens in unserem Fall viel Geld in Forschung und Entwicklung, um immer vorne dran zu sein. Und Equipments werden immer produktiver, immer besser, immer mehr Durchsatz und das heißt ja, dass man eben viel, viel weniger Anlagen verkauft, weil ja eine Anlage dann immer wieder einen doppelten Durchsatz hat. Und das Geschäftsmodell, das hat uns also fast umgebracht, muss man sagen. Und wir haben vor drei Jahren dann eine mutige Entscheidung getroffen, ganz genau natürlich unsere Investoren, Aktionäre auf der Generalversammlung und haben entschieden, dass wir zukünftig weiter ein Equipment-Hersteller bleiben, aber uns nach vorne integrieren. Das heißt, wir verwenden die Maschinen in einem geschlossenen Geschäftsmodell. Wir sind die Profiteure unserer eigenen Entwicklung und produzieren Hochleistung, Solarzellen und Solarmodule in Deutschland und in den USA. Also eine total spannende Geschichte. Ihr kommt eigentlich aus einem völlig anderen Bereich. Dann habt ihr die Werkzeuge hergestellt, dann habt ihr erst mal gutes Geschäft damit gemacht, das Ganze nach China zu exportieren. Dann habt ihr gemerkt, hey, genau unsere Aufgabe ist natürlich, die besten Maschinen herzustellen. Und die Wertschöpfung wurde dann an einer anderen Stelle gemacht. Damit gab es keine bedeutende Solarenergie mehr hier in Europa, was wir sehr bedauert haben. Und dann habt ihr jetzt vor relativ kurzer Zeit diesen großen Strategieschwenk gemacht und gesagt, hey, wir holen das alles zurück. Das heißt, wir bauen nicht nur die Maschinen, sondern wir bauen auch das Endprodukt und können damit dann das Gesamtprodukt und auch die Marge und die Wertschöpfung wieder nach Europa holen. Jetzt habt ihr ja eine besondere Technologie und an der Stelle würde ich an Paul übergeben, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen in die Besonderheiten bei euch einsteigen. Ja, genau. Bevor wir vielleicht einmal tief in die Technologie gehen, wäre es vielleicht super interessant für unsere Hörer, einmal zu hören, wie überhaupt die ganze Wertschöpfungskette aussieht. Also was passiert von dem Rohmaterial bis wirklich das finale Solarmodul fertiggestellt ist? Die Produktion von Solarmodulen, die beginnt mit Silizium, sogenanntem Polysilizium. Das wird in unserem Fall von Wacker hergestellt in Deutschland. Wacker betreibt noch Werke, die 25 Gigawatt produzieren können pro Jahr. Der Rohstoff, aus dem das Polysilizium hergestellt wird, ist metallurgisches Silizium und das wird aus Quarz hergestellt. Quarz, der sich mineralogisch ein bisschen auskennt, weiß, dass das also ein schier unendliches Material ist, das häufigste Mineral dieser Erde und daraus wird das Silizium gewonnen. Also das ist rohstoffseitig kein Problem, das kann man auf der ganzen Welt finden und auch herstellen. Diese Polysiliziumkristalle werden genommen, werden nochmal eingeschmolzen, daraus wird ein sogenannter Einkristall gezogen. Das sind Kristalle, die sind bis zu fünf Meter lang, die werden in Abschnitte geschnitten und diese Abschnitte werden quadrient. Man macht also dann aus einem runden Kristall ein eckiges und der wird mit einer Drahtsäge, das ist auch eins von Mayer-Bobe entwickelt worden, in hauchdünne Scheiben geschnitten. Die sind heutzutage ungefähr 150 Mikrometer dick, mindestens in unserem Fall. Und daraus stellt man dann die Solarzellen her und die Solarzellen nimmt man und verschaltet sie in ein Solarmodul. Und dann hat man nach ungefähr 70 Prozessschritten, wenn man alle Einzelteile nimmt, ein Solarmodul zusammengebaut. Genau und wo in diesem ganzen Wertschöpfungsprozess ist Mayer-Burger da jetzt tätig? Wir nehmen fertige Wefer, obwohl das eigentlich meine Domäne war von Mayer-Burger, aber dieses Wefering-Geschäft, das haben wir 2019 verkauft an ein US-amerikanisches Unternehmen, das aber seine Wertschöpfung immer noch in der Schweiz und in Deutschland betreibt. Die Labmaster Wolters, die sitzen in Rendsburg in Schleswig-Holstein, also die Drahtsägen von uns werden de facto immer noch produziert und weiterentwickelt unter anderer Flagge jetzt. Wir übernehmen also die Wefer und dann geht's los. Die Zelltechnologie ist eine proprietäre Entwicklung von Mayer-Burger, das machen wir in der Schweiz und in Deutschland. Die Maschinen bauen wir in Deutschland und produzieren die Solarzellen als einziger Massenhersteller von Solarzellen außerhalb Asien. Es gibt auch in den USA niemand, das macht uns einzigartig und das Produkt, das wir produzieren, auch ein wirkliches Made-in-Europe- oder Made-in-Germany-Produkt. Es ist nicht bloß Assembly von asiatischen Komponenten in Deutschland, sondern es ist ein wirklich deutsches Produkt. Und die Solarzellen, die verbringen wir dann ins ungefähr 120 Kilometer entfernte Freiberg aus dem Solar Valley, wo wir die Zellen produzieren. Und dort werden die Solarmodule produziert und die gehen dann zu Endkunden auf die Dächer oder zu Großkunden auf die Freiflächen. Ja, wenn wir vielleicht einmal bei den Solarzellen bleiben. Es gibt ja grob gesagt eigentlich drei hauptgängige Technologien. Einmal die PERC-Technologie, die Topcon und die Heterojunction. Vielleicht könnte es einmal eine Übersicht darüber geben, was sind die Unterschiede und welche Technologien setzt Maya Burger davon ein? Die PERC-Technologie, diese Abkürzung PERC, steht für Passivated Emitter Rear Contact. Das ist eine Solarzellentechnologie, die ist erstmals erwähnt worden von einer Forschergruppe in Australien im Jahr 1989. Also die ist schon eine ganze Weile alt. Da gab es, glaube ich, gerade Intel 80, 286 Prozessoren. Eine lange Zeit ist das schon. Und die hat aber lange gebraucht, bis die wirklich industrialisiert war. Die Industrialisierungsleistung ist verbracht worden von zwei Unternehmen. Das eine war die Firma Zentrotherm, die in Frankfurt gelistet ist. Und das andere Unternehmen waren wir. Wir haben das geschafft, wirklich aus so einer akademischen Idee das Ganze in die Industrie zu bringen. Mit einem Marktanteil anfänglich bei Maya Burger von 100 Prozent. Wir haben das komplett abgrasen können bis ca. 2018. Und dann haben es die Chinesen selbst übernommen. Diese Technologie unterscheidet sich von der Vorgängertechnologie dahingehend, dass man bei einer Solarzelle immer bedacht ist, Verluste zu reduzieren. Also die Sonne, die generiert einen elektrischen Strom, beziehungsweise die Ladungsträger dafür. Und die Ladungsträger haben aber eigentlich gar keine Lust, den Strom zu transportieren, sondern die wollen wieder dorthin, wo sie hergekommen sind, nämlich irgendwo in dem Siliziumkristall wieder ihre Ruhe haben und sich wieder mit dem Kristallgitter verbinden. Und die PERC-Zelle, die hat schon dafür gesorgt, dass diese Verlustmechanismen eingeschränkt werden konnten. Ein evolutionärer Schritt der PERC-Technologie kann die Topcon-Technologie sein. Da geht man nochmal insbesondere auf die Rückseite der Solarzelle und baut einen sogenannten passivierten Kontakt. Die Abkürzung Topcon steht für Tunnel Oxide Passivated Contact. Und die einfache Erklärung ist, wer sich noch so ein bisschen an Physik erinnern kann, aus einer Solarzelle kommt Strom raus und den greift man ab über einen Metallkontakt. Aber Metall und Halbleiter, das ist wie der Teufel und das Weibasser, die mögen sich überhaupt nicht. Also man kann mit einem Metall eine Halbleiterstruktur zerstören und deswegen passiviert man den Kontakt. Das steckt schon so im Namen. Man zieht also den Metallkontakt aus dem Halbleiter raus, das ist die Topcon-Technologie. Und damit hat man diesen Verlustmechanismus schon mal aufgehoben gegenüber der PERC-Technologie. Die Heterojunction-Zelle folgt einem gänzlich anderen Konzept. Dort verbindet man die besten Eigenschaften der Kristallinentechnologie mit den besten Eigenschaften der Dünnschichttechnologie. Wenn wir uns die Produktdatenblätter angucken im Vergleich, dann haben Heterojunction-Solarzellen, genauso wie Dünnschichtzellen, den besten sogenannten Temperaturkoeffizienten. Wenn wir im Laptop irgendwo die Sonne stellen und machen, den anfängt irgendwann der Lüfter anzufauchen, weil der Prozessor so heiß ist, dass er gekühlt werden muss, weil die Halbleiter-Performance runtergeht. Und in der Solarzelle ist ähnliches. Je heißer die werden, desto schlechter funktionieren die. Und der Temperaturkoeffizient ist ein Maß für diese Performance-Reduktion unter Temperaturen. Der ist bei Heterojunction-Zellen am allerbesten. Das ist eine Eigenschaft. Die andere Eigenschaft ist, dass dieser passivierte Kontakt der Topcon-Zelle in unserem Fall nicht nur auf der Rückseite ist, sondern auch auf der Vorderseite. Wir haben also eine doppelseitig passivierte Kontaktzelle. Das ist also die Idealstruktur, die sich Physiker vorstellen können bei einer HJT- oder Heterojunction-Zelle. Und dann kommt noch hinzu, dass Mayer-Burgel neben der HJT-Technologie, Heterojunction, noch eine proprietäre Solarmodul-Technologie hat, unsere Smartwire-Technologie, bei der wir die Solarzellen mit einer besonderen Kontaktierung verbinden. Und das sorgt dafür, dass nicht nur die Verschattung mit den Kontakten auf der Zelle am niedrigsten ist und das meiste Licht drauf fällt, sondern es sorgt vor allem auch dafür, dass die Dekadation des Solarmoduls in den 30 Jahren Betrieb absolut minimal ist. Wir haben die Beste im Markt. Also man kauft so Produkte und kann es an seine Enkelkinder vererben. Das ist super spannend. Das ist natürlich eine Menge, Menge Physik gewesen. Und das ist auch ganz wichtig, was da passiert. Was ist das Ergebnis? Das heißt, seid ihr jetzt im Markt, habt ihr quasi, könnte man sagen, für große Flächen, also für Solarparks oder für Häuser wirklich das beste Produkt? Oder gibt es andere, die durch andere Mechaniken dann zu einer ähnlichen Produkteigenschaft kommen? Es gibt in dem Premium-Segment, in dem Hochertragssegment, wo sie die meisten als Kunde Kilowattstunden pro Leistung beziehungsweise pro Fläche ernten, nicht allzu viel Wettbewerb. Also wir können ganz klar sagen, im Haustachsegment, wo es in der Regel darum geht, dass natürlich Haustächer begrenzte Flächen nur haben, können wir überzeugen, weil wir die wenigsten Module installieren müssen, um eine hohe Energieertragsleistung zu bekommen. Es gibt schon ein paar weitere Anbieter, aber der Markt ist ja so riesengroß, dass die Premium-Anbieter ein sehr, sehr kleines Segment abdecken, obwohl das auch in seiner absoluten Größe durchaus bemerkenswert sein kann. Also es gibt schon einen Wettbewerb, der ist auch wichtig und gut, aber ich glaube, in dem Paket, in dem wir anbieten, sind wir einzigartig. Das war für uns ein wichtiger Punkt, dass wir einfach gesehen haben, ihr habt mehr Ertrag, ganz wichtig, und ihr haltet auch länger, weil wenn ich heutzutage ja mir das Modul installiere, dann ist es natürlich auch ein hoher Kosten- und auch Nervfaktor, wenn ich dann irgendwann sage, okay, ich muss die da vom Dach runternehmen, muss die nächste Seite aufzählen. Das heißt, dieses Mehrertrag, vor allen Dingen, soweit wir es nachvollziehen konnten, auch in Echtzeitbedingungen, also nicht immer nur im Labor, sondern was kommt da eigentlich im wirklichen Leben bei rum, hat uns positiv überrascht. Und halt diese Langlebigkeit waren ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Wollen wir noch weiter in die Technologie sonst einsteigen? Ja, zur Technologie wäre vielleicht noch eine Frage, und zwar Heteral Junction-Technologie war das, was uns wirklich überzeugt hat, und wo wir halt sagen, okay, gerade mit der Geschichte und dass Mayer Burger selber die Maschinen hergeschafft hat und natürlich auch sehr erfolgreich in China vertrieben hat in der Vergangenheit, ist natürlich klar, dass da eine gewisse Technologieführerschaft herrscht. Allerdings schlafen die chinesischen Konkurrenten auch nicht. Und es gibt natürlich auch hohe Investitionen von diesen Konkurrenten, auch in dem Heteral Junction-Bereich. Was ist da Ihre Meinung zu, oder was ist der Hauptunterschied, auch derzeit noch oder auch in den nächsten Jahren, von Mayer Burger und den chinesischen Firmen? Was wir derzeit beobachten, ist, dass von den großen Tier-One-Chinesen, also vor allem die Unternehmen, die in der sogenannten Solar Module Super League tätig sind, also Longxi und JA, Jiggo, Canadian Solar und so weiter, dass die nicht darauf setzen. Es gab natürlich und gibt ein Interesse an der Heteral Junction-Technologie, aber es gibt bei der technologischen Kombination der Zelle mit der Modul-Technologie ein paar Hürden, die in China bislang niemand erfolgreich lösen konnte. Und vielleicht ist das noch interessant für die Zuschauer, dass wir auch zwar in der Vergangenheit viele Maschinen nach China geliefert haben, aber eben noch nie diese. Das heißt, man kann das nicht einfach kopieren, sondern man müsste es nachentwickeln. Und wenn man es erfolgreich nachentwickeln würde, läuft man immer noch in das Risiko, dass Mayer Burger mit Größenordnung 50 Patentfamilien, in denen hunderte Patente sind, das Ganze abgesichert hat. Und wir behaupten definitiv nicht, dass chinesische Unternehmen nicht fähig sind, auch eine Innovation zu bringen. Aber wir legen uns ja auch nicht irgendwie wieder an den Strand, sondern wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung unter große Beträge. Und durch dieses geschlossene Entwicklungssystem bei uns, dass wir eben nicht nur eine Zelleffizienz bearbeiten, sondern immer auch die Produktionstechnik dazu. Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Nur ehrlich, weiter tun, dass wir da vorankommen. Und es gibt eine zweite Technologie, die kommt in Größenordnung 25. Das ist dann eine verbesserte HJT-Technologie. Also wir geben auch weiter Gas. Da glauben wir total dran. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Apple macht, also dass sie auch immer mehr genau die Software mit der Hardware verbinden, die eigenen Chips, wenn man sich anguckt, was Tesla macht, die auch nochmal sehr klar definiert haben. Bei uns wird halt eben nicht ein Auto designt und dann gucken wir, wer es baut, sondern diese Kombination von die Leute, die die Produktion entwickeln und danach das Auto, arbeiten zusammen. Das Gleiche hier bei den Solarzellen. Da sind wir zu 100 Prozent von überzeugt. Wenn ich nachher eine Produktion skalieren will und ein gutes Produkt haben will, dann muss heutzutage das zusammen gedacht werden. Und wenn man das trennt, funktioniert das natürlich auch. So hat ja über Dekaden die Industrie funktioniert. Aber die wirklich exzellenten Produkte mit einer wirklich herausragenden Marge und einem guten Alleinstellungsmerkmal im Markt, die benötigen genau das, dass die Produktion und das Endprodukt und dann oftmals ist das der bessere Weg. Jetzt habt ihr ja genau diesen Schwenk gemacht, über den du eben gesprochen hast. Unsere Herausforderung, auch wichtig, glaube ich, für unsere Zuschauer, wo steht ihr da? Ihr braucht ja eine Menge Kapital, ihr müsst die Produktionskapazität aufbauen, ihr müsst sehen, dass ihr das hinkriegt, skaliert, dass ihr dann irgendwann auch dahin kommt. Also wo steht ihr da? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Schritte? Wir haben 2020 ja den ersten Schritt genommen über eine Kapitalerhöhung, 165 Millionen Franken. Die haben wir genommen, haben investiert in 400 MB Kapazität. Diese Kapazität ist mittlerweile gewachsen auf 1,4 Gigawatt installiert. Die läuft noch nicht voll, die wird gerade hochgerämmt beziehungsweise befindet sich im Ramp-Up. Stand heute produzieren wir pro Tag Größenordnung 700.000 Solarzellen, also schon sehr eindrücklich, mit durchschnittlichen Zelleneffizienzen von 24,5 Prozent, beste Zellen über 25 Prozent. Das ist wirklich ein großartiges Resultat und noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Und im Modulbereich heißt das dann, aus den 700.000 Solarzellen produzieren wir täglich, Größenordnung 200 Paletten Solarmodule. Das sind also ungefähr 6.000 Module. Auf einem Hausdach sind schon im Durchschnitt so irgendwas zwischen 15 und 20 Solarmodule, kann man sich ausrechnen. Das sind also 300 Einfamilienhäuser jeden Tag. Das sind aber schon viele Solarmodule. Wenn man die installiert mit euren auch hocheffizienten Modulen, wenn ich jetzt sage ich mal, ich gehe nach Bayern oder in Süddeutschland, kann ich damit das Hausdach schon komplett abdecken vom Bedarf her? In Deutschland ist die Rechnung sehr einfach. Wir rechnen mit 1.000 Kilowattstunden pro installiertem Kilowatt. Das heißt, 20 Solarmodule bei einem 400-Watt-Modul sind 8 kW, erzeuge ich also pro Jahr 8.000 Kilowattstunden. Ich glaube, der deutsche Durchschnittsverbrauch für einen Vier-Personen-Haushalt ist irgendwas bei 3.500 oder so. Ich habe mittlerweile viele Endkunden zufrieden machen können mit Mayer-Burger-Produkten. Die haben so eine Anlage in der Größenordnung, haben zwei Elektroautos, Frau und Mann. Und die laden das faktisch immer koordiniert, wenn die Sonne scheint, beziehungsweise auch manchmal einfach aus dem Netz. Aber in Summe kriegen die eine super Bilanz hin und sparen damit so viel Geld, weil eben die Kilowattstunde vom eigenen Hausdach selbst bei erhöhten Modulpreisen nie mehr als 17 Cent, 17, 18 Cent kostet, inklusive Speicher. Und das, glauben wir, wird die neue Logik sein, die auch Endkunden überzeugen wird, da massiv zu investieren. Das wäre super, genau. Denn wir müssen einfach dahin. Und ich glaube, wenn man halt Produkte hat, die sich auch noch rechnen, dann umso besser. Ein weiterer Punkt, den ich noch hätte, wäre die komplette Solarindustrie in Europa. Und zwar ist natürlich die Produktion von den Solarzeilen und den Modulen in Europa sehr kritisch. Allerdings gehört da natürlich auch mehr zu, wie auch die komplette Versorgung von den Materialien. Und in der letzten Zeit war da Mayerburger sehr aktiv mit verschiedenen Partnern. Vielleicht könnten Sie das noch einmal vorstellen für unsere Zuhörer. Also es ist zum Glück in der Solarindustrie so, dass es keine Abhängigkeiten gibt von bestimmten Regionen, was Rohstoffe angeht. Wir haben eine Abhängigkeit, was Komponenten angeht, die in irgendeinem Land eben momentan fokussiert, produziert werden. Aber die Rohstoffe an sich sind eigentlich frei verfügbar. Ich habe schon erklärt, es beginnt mit dem Silizium. Da gibt es große Kapazitäten noch in Europa, bei WACA, in den USA bei Hemlock. Das sollte also kein Problem sein. Die Wafer sind das große Thema. Da gibt es die allergeringsten Kapazitäten. 98 Prozent der Wafer-Fertigung steht heute in China. Das ist auch schon deswegen Wahnsinn, weil es eigentlich mal eine Entwicklung aus der Schweiz und Deutschland war. Und dort haben wir auch einen großen Fokus drauf, dass das Ganze auch wieder außerhalb Chinas entstehen kann. Mit den Norwegern arbeiten wir sehr gut zusammen. Da gibt es Verträge. Es gibt auch mittlerweile in Asien außerhalb Chinas Wafer-Hersteller, die nicht chinesisch dominiert sind. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben auch mit unseren chinesischen Lieferanten ein gutes Verhältnis. Das funktioniert. Nur weiß eben niemand, ob die Geopolitik, die neue Geopolitik, dort irgendwann mal ein Problem machen könnte. Und deswegen versuchen wir, das zu diversifizieren, so gut wie WACA. Wie ist es eigentlich bei euch die Entwicklung von den Rohstoffpreisen? Wir liefen ja durch einen unfassbar schrecklichen Krieg in Europa und auch andere Themen, Covid und so weiter, wurden noch nachwehen, durch in vielen Bereichen, durch einen unfassbaren Sprung, auch allein Lieferketten zum Beispiel von China, Ware hier rüberzuholen. Die Containerpreise sind wirklich explodiert. Seht ihr da in den letzten Monaten, Wochen eine deutliche Besserung? Oder ist das bei euch immer noch unfassbar hoch, die ganzen Preise? Also zum Glück, das ist glaube ich erstmal die erste Priorität gewesen für alle Hersteller und so auch für uns, ist die Verfügbarkeit immer gesichert gewesen, in unserer Welt zumindest. Also wir hatten nie ein Thema, dass wir wegen Materialengpässen bei direkten Materialien, sei es also Wefer, Gläser und all das, was man braucht, dass wir deswegen irgendwie anhalten mussten, gab es nie. Preise werden insbesondere oder Materialkosten insbesondere dadurch beeinflusst, dass eben der Siliziumpreis, der Polysiliziumpreis, die dominierende Komponente ist in der PNL und die Siliziumpreise gehen derzeit runter. Die sind massiv runtergegangen, dann sind sie wieder hochgekommen. Also ihr traut dem Frieden noch nicht ganz, aber es scheint sich jetzt etwas zu bewegen, dass das Ganze sich wieder etwas niedriger ausbalanciert. Und wenn man das Silizium im Griff hat, der Rest ist, würde ich sagen, nicht ganz korrekt, aber mehr oder weniger Kleingemüse. Silber spielt eine Rolle noch, aber Silber ist einfach ein weltweit einheitlicher Preis. Da bezahlen auch die Chinesen das Gleiche. Und unter dem Silber kommt dann nicht mehr allzu viel. Also die Gläser, die Rahmen, die Dosen, das ist alles im Vergleich zum Silber und zum Silizium relativ unempfindlich. Also it's all about Silicon in our industry und das kann man eben auch darüber lösen, indem man die Wefer immer dünner macht. Da verbraucht man weniger, kostet es auch weniger. Beziehungsweise der große Trick der Kostenreduktion in der Photovoltaik, da kommt ja eigentlich über die Technologie, gar nicht so sehr über die Skalierung. Das heißt, diese Lizium-Scheibe, der Wafer kostet bei jedem das Gleiche. Wenn wir bei Marvoga eine hoch effiziente Zelle draus machen, dann kostet die einen Dollar oder einen Euro pro Wattpeak natürlich weniger, als wenn man da irgendwie ein halbes Prozent weniger Effizienz kriegt mit auf Wiener- oder Top-Kon-Technologien. Genau, das ist begeisternde. Es macht einfach total Sinn. Das heißt, man braucht weniger Fläche, weniger Material. Also genau, es macht einfach Sinn, da hocheffizient zu sein. Also für mich oder für uns auch, glaube ich, hier im Team haben wir ein wichtiger Antrieb. Wir haben natürlich auch viele US-Tech-Unternehmen, einfach bei dem 10x-DNA-Portfolio. Aber hier einfach diese europäische Industrie zu stärken, es macht einfach total Sinn, das lokal zu produzieren. Wir sollten auch unserer Überzeugung nach unabhängiger in Europa sein. Also wir sollten auch gute Kooperationen leben. Aber wir haben teilweise, wie du es auch gerade schon erklärt hast, ist es verrückt, dass wir komplett unser Know-how, unsere Maschinen irgendwo hinschicken und danach dann komplett davon abhängig sind. Muss ja gar nicht mal irgendwie eine böse Absicht von irgendeinem Land sein, einen Preisdruck auf uns auszuüben oder sowas. Kann ja manchmal auch einfach ein Logistikproblem sein, wo gar keiner irgendwas kann. Deswegen ein unabhängiges und starkes Europa liegt natürlich auch mir persönlich mit Freigeist und so weiter sehr im Herzen. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Modul, was ihr da liefert. Und ich fände es auch super, wie du es schon angedeutet hast, wenn man es immer weiterführt. Wenn man immer sagt, man bringt noch mehr Wertschöpfung zurück nach Deutschland und nach Europa, sodass wir irgendwann dann wirklich da auch komplett unabhängig werden. Absolut. Also das Logistikbeispiel, was mir da immer einfällt, ihr könnt euch erinnern, als dieser große Ever Given das Schiff in den Schuhskanal stecken geblieben ist. Und da habe ich noch meine Späße gemacht, habe gesagt, na, wenn da mal nicht Solarmodule drauf sind. Da Tag später fahre ich irgendwie durch die Gegend, höre auch gut ein Inforadio mit einem Beitrag von einem völlig frustrierten Solarinstallateur aus den Niederlanden, der jetzt seine Module nicht gekriegt hat. Und das ist vor allem für Großinstallateure, also Developer und sogenannte IPPs, ein Riesenproblem, weil wenn du im Privatmarkt deine Module acht Wochen später kriegst von deinem Installateur, na ja, da hast du vielleicht mal auch ein bisschen gut im Bauch, aber da passiert ja nichts. Wenn du als Solarpark-Installateur und als IPP deinen Mehlstein nicht hältst, wenn du den Strom einschaltest, dann zahlen die Leute Millionen Strafen. Logischerweise. Das ist Energiegeschäft. Und das sind einfach Risiken, die werden mit uns faktisch eliminiert, weil wir produzieren in der Nähe der Kunden. Wir sind eben durch die diversifizierten Lieferketten wesentlich resilienter. Und das macht einfach ein Energiegeschäft, wo wir ja die Grundlage all unseres industriellen Handelns legen, einfach total sind. Genau. Mit der Produktion in Deutschland kommen natürlich aber auch einige Herausforderungen einher, wie zum Beispiel relativ hohe Energiekosten oder auch natürlich Personalkosten, die im Vergleich zu China deutlich höher sind. Was ist da der Vorteil von Mayaburger? Beziehungsweise was muss vielleicht auch passieren, damit es ein preiseffektives Produkt in Made in Germany gibt, im Vergleich zu den Chinese-Listischen-Herstellern? Vor wenigen Tagen, oder ich glaube sogar vor einem Tag, hat Robert Habeck gesagt, wenn man energieintensiv ist, dann ist vielleicht Deutschland nicht der richtige Standort. Oder die Schweiz hätte er da wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die Schweiz auch mit reingenommen hat. Aber für Deutschland hat das auf jeden Fall mal gesagt. Das ist glücklicherweise in unserem Fall mit in den Wertschöpfungsstufen, in denen wir unterwegs sind, gar nicht das Problem. Also unsere Energiekosten sind im unteren einstelligen Prozentbereich in der P&L. Das macht gar nicht so den großen Unterschied. Wir haben auch 2020 einen Förderbescheid bekommen, über 15 Millionen Euro, also gemessen an der Gesamtinvestition von über 300 Millionen, eher symbolisch, aber immerhin, für den Nachweis, dass unsere Fertigungstechnologie die nachhaltigste und energie- und ressourcenschonendste der Welt ist. Also das zahlt auch ein Stück weit ein auf das Energiethema. Das ist also nicht unser größtes Problem. Wir haben auch in dem 2022er Jahr durch Energieeinkaufshedging größere Schäden vermeiden können. Wir haben da also immer sehr langfristig gearbeitet. Wir haben in 2022 überhaupt keinen Impact gehabt von höheren Energiekosten. In diesem Jahr haben wir auch anteilig Energie gehedcht, aber nicht vollständig. Jetzt gehen aber die Preise schon wieder runter. Und wir bemühen uns auch um Direktbelieferung über PPAs, über grüne PPAs. Also das ist gar nicht so unbedingt unser Problem. Das ist eher ein Thema, was natürlich Unternehmen wie eine Wacker bewegt. Bei denen ist, ich weiß nicht genau, aber 70 Prozent ist Elektrizität in der Kostenstruktur. Und das haut natürlich rein. Was die Arbeitskraft angeht, also dass China allumfassend billiger ist, das stimmt einfach nicht mehr. Wir haben in China eine kleine Organisation, immer noch, weil wir natürlich auch gerade bei den Wavern Audits machen, bei den Lieberanten. Und die Ingenieure, die wir in China angestellt haben, bei Mayer-Bowler, die sind genauso teuer wie Ingenieure in der Schweiz. Das heißt also doppelt so teuer wie Ingenieure in Deutschland. Und das bei ordentlichen Gehältern. Also wir sind da auch ein faires Unternehmen, was Kompensation angeht. Der direkte Arbeitskostenanteil in unseren Produkten beträgt schon heute, wo wir ja immer noch klein sind im Vergleich zu den großen Chinesen, weit unter 10 Prozent. Also auch ein einstelliger Bereich. Und das kann man noch mehr nach unten skalieren. Also das Hauptthema der Photovoltaik ist tatsächlich Technologie, möglichst viel Leistung und praktisch Kilowattstunden aus dem Produkt rausholen und gleichzeitig natürlich die Verbräuche reduzieren, die Ausbeuten hochtreiben und natürlich auch über Skalierung insgesamt Preise nach unten kriegen. Die Produktion von Mayer-Bowler, hast du ja eben schon sehr gut dargestellt, ist mit 400 Megawatt gestartet. Was sind nun, und die wurde ja schon kontinuierlich ausgebaut, was sind in den nächsten Jahren die Expansionspläne von Mayer-Bowler? Momentan haben wir den 1,4 Gigawatt-Meilenstein fest im Blick. Das heißt also, die Equipments in der Zelle, die sind alle da. Die letzten Anlagen werden gerade aufgebaut und installiert und in Betrieb genommen. Im Modulbereich sind die de facto auch schon fast alle da. Dort haben wir bloß ein Problem gehabt, weswegen wir auch unsere diesjährige Mengen-Guidance um 20 Prozent senken mussten von 1 Gigawatt auf 800 MW, da uns ein paar Elektronikkomponenten gefehlt haben für die Maschinen, für die Maschinensteuerung, die immer noch unter Lieferkettenproblemen aus der Covid-Zeit leiden. Aber mittlerweile alles auch gesichert, wir werden das in Betrieb nehmen in den nächsten Wochen. Das heißt, wir haben damit unsere Phase 1 abgeschlossen und wir gehen jetzt in Richtung der Phase 2 und die Phase 2 wird uns weitere 2 Gigawatt bringen. Damit sind wir Ende 2024 auf 3,4 Gigawatt. Das ist das Ziel. Die Zellproduktion wird weiterhin komplett in Deutschland stattfinden und Modulproduktion mit diesen 2 Gigawatt in den USA. Wir haben also dann 60 Prozent der Endproduktfertigung in den USA, 40 Prozent in Deutschland. Das ist auch ein gutes Stichwort mit der Produktion in den USA. In den USA gab es ja auch eine sehr große politische Inzentivierung, um dort lokal zu produzieren in Form des Inflation Reduction Act. Wie profitiert Mayer Burger von dem Inflation Reduction Act? Der Inflation Reduction Act wurde ja im August 2022 in Kraft gesetzt beziehungsweise gilt ja ab dem 01.01.2023 oder seitdem. Und da steht, jeder kann es nachlesen, kann man sich auf der Congress-Webseite in den USA runterladen, Seite 155, wer da mal Lust hat, da stehen die Förderzahlen. Also ich sage das deswegen immer gerne, weil das ist beeindruckend, wie ein Gesetz gemacht werden kann. Da ist ein kleiner Passus im unteren Teil dieser Seite 155 und da steht alles drin. Mehr braucht es nicht. In Europa gibt es da erst einen Entwurf und eine Ankündigung und eine Konsultation und wenn man ein Gesetz hat, gibt es eine Verfahrensverordnung und das ist wieder drei Jahre vergangen. Die Amerikaner haben einfach das da reingeschrieben und fertig. Und da steht drin, dass man pro Wattpeak bei einer Solarmodulproduktion sieben Cent bekommt, bei einer Solarzelle vier Cent, bei Wavern zwölf Dollar pro Quadratmeter, das ging jetzt ein bisschen sperrig, das sind fünf Cent pro Wattpeak ungefähr und beim Polysilizium gibt es vier Dollar pro Kilogramm. Eine Steuergutschrift, die aber auch in Cash ausgezahlt werden kann. Das heißt also, wenn ich sieben Cent pro Wattpeak nehme, die Rechnung ist immer ganz einfach nachzuvollziehen, ein Cent pro Wattpeak auf einen Gigawatt pro Jahr sind zehn Millionen. Das heißt also, sieben Cent sind 70 Millionen. Wenn wir noch eine Zelle in USA bauen würden, würde man also pro Gigawatt-Zellemodul kombiniert 110 Millionen pro Jahr de facto an Cash bekommen. Und das sind Summen, die ganz schnell zu Milliarden anwachsen, deswegen ist der US-Markt so hochgradig interessant, auch für Mayerburger. Hat denn Mayerburger schon was angekündigt? Das Werk in Arizona, das kommt. Das Schöne ist, wir haben sogar die Mengen schon zu 70%, 75% schon verkauft, fix verkauft. Wir haben drei Off-Take-Agreements unterschrieben mit drei großen erneuerbaren Energien-Entwicklern beziehungsweise IPPs. Einen davon haben wir schon verraten, ist die Firma Desri. Die gehören, ist eine 100% Tochter von D.I. Schar, dem großen Fonds in New York. Und die machen seit 14 Jahren oder 15 Jahren erneuerbare Energien-Projekte und sind tatsächlich ein Independent Power Producer, also ein IPP. Die haben von uns 3,75 Gigawatt gekauft. Das Ganze wird ab 24 geliefert und der Vertrag bis 29 kann sogar verlängert werden. Und die anderen beiden haben in Summe 1,6 Gigawatt gekauft. Die Namen sind auch toll, die werden auch demnächst verraten. Und wir glauben, dass es ein Geschäftsmodell ist, was man fortsetzen kann, dass man anders als es vielleicht in der Vergangenheit lief, wirklich für diese wichtige Energiequelle auch mittel- und langfristige Abnahmeverträge unterzeichnet. Das heißt, ihr nehmt eure Technologie, ihr lernt, wie ihr Produktion aufbaut und sagt dann, okay, wir gehen jetzt auch in die USA und bauen dort auch dann diese Produktion auf. Wie sieht das genau aus? Also wie viel von dem Know-how, was ihr habt, könnt ihr rübernehmen? Wie sehr kann man nachher quasi sagen, Cookie-Cutter-mäßig, ich baue jetzt hier noch eine Produktion und dort noch Gigawatt-Produktion? Du lächelst schon, was ist der Plan oder wie schnell, wie gut geht das? Wir haben folgende Strategie. Die Zellproduktion, die findet momentan Zentralsvat im berühmten Solar Valley nördlich von Leipzig an der A9 in dem großen Gewerbegebiet und dort haben wir fürsorglich und proaktiv uns Immobilien gesichert in Form von vorhandenen Gebäuden aus der ersten Solarwelle. Wir haben die Gebäudekomplexe der früheren Sovello und Solibro uns gesichert und zusätzlich noch Grundstücke. Das heißt, wenn in Europa, das ist die wichtige Voraussetzung, auch die Weichen gestellt werden würden, industriepolitisch, dann wären wir im Solar Valley in der Lage, an die 15 Gigawatt Solarzeilen-Kapazität aufzubauen, ohne dass wir dort erst großartig Grundstücke suchen müssen, beziehungsweise Gebäude bauen müssen. Vieles ist schon vorhanden, wo wir einfach wieder reingehen können, wie wir es jetzt auch schon in dem Projekt Phase 1 und Phase 2 erst mal gemacht haben. Die Logik bei der Modulproduktion ist dann ein Stück weit eine andere. Wir wollen die Solarmodulproduktionen in den Regionalmärkten aufbauen, weil es eben schon gesagt, wie viel wir gerade brutal produzieren, 300 Paletten, Solarmodule, das ist ein Güterzug täglich an Solarmodulen. Und das muss man in den Lokalmärkten machen, statt irgendwie eine riesen Fabrik zu haben und von dort aus dann eben die Schiffe loszuschicken, die im US-Kanal stecken bleiben. Deswegen, es muss nicht nur die USA sein, sondern es können auch andere Länder sein, in denen wir Solarmodulwerke bauen. Und auch gerne eine Solarzellenfabrik in den USA, das ist gar nicht ausgeschlossen. Und über welche Zeiträume sprechen wir da? Sagen wir, ihr würdet jetzt heute noch strategisch entscheiden, ihr wollt in den USA noch ein weiteres großes Werk in Texas oder wo auch immer, da scheint eine Menge Sonne, wollt ihr euch aufbauen? Wie lange dauert das dann, wenn es heute der Vorstand entschieden hätte? Also man muss da zwei Dinge sehen. Zum einen, man hat natürlich jedes Fabrikprojekt in der Planungsphase, da gibt es Genehmigungszeiten, das hängt sehr ab von Bundesland zu Bundesland, selbst in Deutschland, aber natürlich insbesondere in den USA auch von Bundesstaat zu Bundesstaat. Unsere Strategie bislang ist ja auch gewesen, recht erfolgreich meine ich, dass wir in Brownfield-Gebäude reingegangen sind, genau aus dem Grund zu weit, dann muss ich nicht einen Bauntrag stellen, sondern ich ziehe da einfach ein, baue das Ding um. Das hat bis bis dahin eigentlich ganz gut funktioniert. Das wird natürlich irgendwann erschöpft sein, irgendwann findet man die passenden Gebäude nicht mehr. Wenn man neu bauen muss, muss man schon damit rechnen, ein großes Gigawatt-Werk, das dauert dann schon zwei Jahre, bis das anläuft. Deswegen sind wir auch kontinuierlich in dem Prozess, wo wir uns eben Real Estate anschauen, ist das geeignet, gibt es da Möglichkeiten, auch Dinge zu beschleunigen. wir haben darüber hinaus auch einen Planungsstab bei uns internen, die praktisch so eine Planung immer in der Schublade haben. Also wir versuchen, auch diese Fabrik Planungs- und Aufbauprozesse möglichst zu standardisieren, um dann so nach dem guten alten Intel-Prinzip Copy-Exact die Dinger aufzubauen, ohne großen Reifungsverlust. Aber du musst heute schon auch mit den Lieferketten mit zwei Jahren ungefähr rechnen, wenn du wirklich ein Gebäude mit dazu baust. Wenn du Gebäude schon hast, ist es kürzer. Was hält euch auf? Ihr habt eine der besten Technologien. Ihr seid in einem Markt, der unserer Einschätzung nach erstmal fast quasi unlimitierten Bedarf hat. Also auf jeden Fall mal in den nächsten Jahren, weil wir müssen sehr, sehr stark dahin gehen. Wir sind auch noch mehr von Solar als von Wind überzeugt. Das ist ein globales Produkt. Klar, ich würde sicherlich wahrscheinlich, weiß ich nicht, nicht direkt nach China gehen, aber in den USA, in ganz vielen anderen Ländern. Was hält euch davon ab, noch schneller zu wachsen? Also was unsere eigene Ambition angeht, würde ich sagen, hält uns gar nichts davon ab. Das Ganze muss man natürlich auch nochmal einordnen im Zusammenhang mit notwendigen, mit den Finanzierungen dahinter. Das heißt also, der ursprüngliche Ansatz von Mayer-Boger ist mal gewesen, dass wir Fertigung aufbauen und dann einfach betreiben, Geld verdienen, das Geld investieren, weiter aufbauen, also so ein Stück weit organisch zu wachsen. Wenn wir uns, du hast es richtig gesagt, die Solarmärkte auf der einen Seite angucken, wie die durch die Decke gehen, also Year-over-Year 21 zu 22, weltweit 50 Prozent Wachstum, so sind die Realitäten, das ist Wahnsinn. Durchschnittlich Größenordnung 20 Prozent, Erwartung für die nächsten Jahre, geht das natürlich nicht. Es sei denn, man hätte die Ambitionen nicht wirklich ein großes Stück mit abzubekommen. Das heißt, wir sprechen immer über das Thema Finanzierung und was dort an Komponenten dazugehört, ist natürlich zum einen, dass wir Geld verdienen wollen und sicher auch investitionsfreudig sind, wenn wir da wieder reingehen wollen, die gesamte Bankability-Situation der Company zu stärken, dann ist man fremdkapitalfähig, aber eine ganz wichtige Komponente und das haben wir schon bewiesen in unserem letzten Offtake, was wir unterschrieben haben, ist, dass wir auch unseren Kunden vorschlagen, wenn ihr wollt, dass das ganz schnell vorangeht, dann beteiligt euch damit an der Finanzierung. Ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Joint Ventures. Also wir haben jetzt in den letzten beiden Offtakes, die wir abgeschlossen haben, erreichen können, dass die Kunden de facto mit einer Anzahlung auf das Gesamtpaket über fünf Jahre, und die ist nicht mal groß, gemessen an dem Gesamtvolumen, de facto 100% der CapEx-Investition zahlen. Und wenn uns das weiterhin gelingt, kann man darüber einen Financing-Stack aufbauen, mit dem man auch faktisch außerhalb des eigenen Operativ-Cashflows wachsen kann. Und das ist so eine Maschine, die müssen wir jetzt zum Laufen kriegen, und sicher ist auch eine dritte wichtige Komponente die Industriepolitik. Das will ich gar nicht verheimlichen, denn in China wird subventioniert seit 15 Jahren, was das Zeug zählt, und in Deutschland wird das Gegenteil getan. Die Amerikaner legen jetzt los. Das heißt also, wenn Europa hier auch den Mut hat, ein bisschen Dünger auf die Industrie zu späuen, mal für eine Periode von fünf Jahren, dann kann das wirklich großartig werden. Jetzt gibt es ja in Europa auch schon Vorschläge, beziehungsweise auch schon ein paar Gesetze. Wie ist Ihre Meinung dazu, beziehungsweise was müsste eigentlich in Europa passieren, damit genau diese Punkte erreicht werden? Die EU-Kommission hat im März eine Entscheidung getroffen, die sie auch treffen kann, ohne dass das Parlament da noch irgendwie zustimmen muss, die ist also in Kraft, und zwar ist das eine Anpassung des sogenannten TCTF, das steht für Temporary Crisis and Transition Framework, und darin ist den Mitgliedstaaten erlaubt, dass sie Staatshilfe geben können für erneuerbare Energien, Fertigungsprojekte. Was jetzt derzeit gerade passiert, ist, dass die Mitgliedstaaten individuell sich überlegen, wie könnten sie das denn ausgestalten. Wir wissen, dass das in Berlin auch bearbeitet wird, das Thema, wie es genau endet, kann ich noch nicht sagen, aber wir sind immer noch hoffnungsfroh, dass man dort die Industrie berücksichtigt, das ist jetzt mal der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der ist noch nicht in Kraft, ist der Vorschlag der EU-Kommission zum sogenannten Net Zero Industry Act, das ist erstmal nur ein Vorschlag, der muss anders als der TCTF durch das Parlament Erwartung ist, nach unserem Kenntnisstand, dass das auch in diesem Jahr passieren soll und was dort definitiv drinsteht, ist der Vorschlag für erstens eine Quote für Europe-Made-Product, das sind 30 Gigawatt voll integriert und zum Zweiten steht faktisch drin, dass man auch für die Abnahme sogenannte Resilienz- und Souveränitätskriterien anwendet, dass es dann auch tatsächlich gekauft wird. Also nennen wir das mal ein bisschen außerhalb des Protokolls einen Local Content, den man dort einführen möchte und in Kombination TCTF und dieser Net Zero Industry Act kann das Ganze durchaus funktionieren, aber was wir schon kritisieren, ich hoffe auch konstruktiv, weil wir viel sprechen mit der Politik, ist einfach die Geschwindigkeit. Das muss einfach jetzt mal schnell kommen, sonst ist natürlich auch im Fenster irgendwann mal zu und die Industrie fokussiert sich dann vielleicht auf die USA. Genau, dass dieser, wie die da gehandelt haben, wie klar die Sätze formuliert sind, dass Gesetze formuliert sind, das ist einfach ein Problem für Europa, wir brauchen jetzt hier in Europa eine starke Industriepolitik, damit wir halt weiterhin hier Energie haben, ob es Batterieproduktion, Solarproduktion und auch andere Chipproduktion ist, also genau, auch nochmal ganz klarer Unterstützung, Aufruf von mir, wir brauchen ein starkes Europa, wir müssen da wirklich schnell und konsequent handeln, was die Europa, was USA da vorgelegt hat, ist eine Gefahr für Europa und es sind ja auch schon wirklich Konsequenzen da, die man sieht, wo Unternehmen abziehen, wo hier ganz klare Investitionen nicht stattfinden, die eigentlich geplant waren in Deutschland, also wir müssen da jetzt schnell und konsequent handeln. Paul, hast du noch technische Themen oder sind wir da durch? Technische Themen sind wir durch, es wären nur noch zwei andere Fragen, aber machen wir das gerne. Ja, für uns als Investor ist es natürlich auch super interessant zu wissen, was jetzt die nächsten Milestones uns für Mayaburger sind. Vielleicht könntest du einmal die größten Meister uns in den nächsten ein bis zwei Jahren einmal zusammenfassen. Also ich glaube, dass in Meilenstein werden wird, und ich erwarte den ehrlich gesagt im zweiten Quartal, dass wir Klarheit haben eben genau über die europäische Industriepolitik. Das ist mindestens unsere Erwartung und ich hoffe auch, dass wir da nicht enttäuscht werden, denn das hat im Zweifel dann eben auch Konsequenzen auf bestimmte Entscheidungen. Ansonsten bin ich auch überzeugt, dass es uns gelingen wird, technologisch hier und da und dort ein paar schöne Dinge in den Markt zu bringen und entsprechend anzukündigen. Und dann werden wir uns sicher weiter sehr bemühen, dass wir in einer Wachstumsstory bleiben können, denn über die Marktgrößen haben wir gesprochen. Selbst wenn wir über 3,4 Gigawatt im nächsten Jahr reden, dann entspricht das ungefähr einem Prozent Marktanteil weltweit. Wir arbeiten Tag und Nacht, bauen Maschidbeaverrück, produzieren Millionen an Solarzellen pro Tag und trotzdem ist es nur trocken auf den heißen Stein. Ich glaube, wenn es nach unseren Vorstellungen geht, kann man das Ganze auch strategisch gut verknüpfen mit eben Offtake Agreements für die Energiewirtschaft und im Rahmen dieser Offtake Agreements kann Meierburger hoffentlich weiter wachsen, skalieren, Kosten reduzieren und eben gleichzeitig technologisch an der Weltspitze bleiben. Neben den klassischen Solarzellen und Solarmodulen stellt ja auch Meierburger ein Projekt her, was sogenannte Solar-Tiles sind oder wie quasi Dachziegel, die in der Solarzelle sind. Was sind da die Pläne in den nächsten Monaten? Ja, wir haben uns bei dem Produkt gedacht, es ist einfach mal an der Zeit, dass das mal jemand ordentlich macht, nachdem es von einem großen amerikanischen Unternehmen da Ankündigungen gab, aus denen ja bekanntlich nicht allzu viel geworden ist. Nee, Spaß beiseite, das ist auch in der Tat ein nicht ganz so einfaches Segment, weil ein Dach etwas anders ist, also wenn man Solarmodule direkt eben als Dacheindeckung nutzt, als wenn man sie aufdachmontiert, denn zum einen ist das Bedachungshandwerk ein sehr, sehr konservatives, die stehen für absolute Qualität, wenn die das Dach decken, dann kriegt es da 50 Jahre Garantie und dann müssen sie gar nicht mit einem Dachziegel kommen, der nach zehn Jahren wieder auseinanderfällt, das kauft dann niemand. Das heißt, es braucht etwas Überzeugendes. Das, was wir gemacht haben, ist ein Dachziegel, der hat die gleichen Abmessungen wie ganz normale, handelsübliche Betondachziegel. Das heißt, den kann man auch komplementär neben diesem Ziegel verlegen. Er wird genauso verlegt wie ein normaler Dachstein und die Anschlüsse der Solarzellen sind in unserem Fall auch klassische Steckverbindungen, also Stäubli, Stecker, MC4, das ist so der Mercedes oder den Steckern in der Solarbranche, Schweizer Unternehmen, Stäubli, und die verwenden wir dort. Wir haben einen Partner uns gesucht, mit dem wir diese Produkte herstellen, in der Europäischen Union, das ist auch ein europäisches Produkt, die Zellen kommen alle von uns, die Strings kommen von uns und das Produkt wird kompliziert und wir werden in diesem Jahr, im zweiten Halbjahr tatsächlich in eine erste, naja, mehr haben wir oder nie produziert, also sage ich mal, erste Großserie hier eintreten, das sind Hunderttausende an Dachziegeln und wir gehen dort vorsichtig vor, weil wir einfach wissen, dass der Bedachungsmarkt ebenso konservativer ist und wollen das Stück für Stück überzeugen. Wir haben einen Abnehmer schon, die DEG Süd in Mannheim, werden sicher auch noch ein paar mit dazukommen und sind da ganz zuversichtlich, dass das nicht nur eine Nische bleiben wird, sondern dass es tatsächlich auch eine gewisse Größe bekommen kann. Gunther, vielen, vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast, uns Meierburger noch mal näher zu legen. Wir sind sehr überzeugter, sehr zufriedener Investor bei euch mit Cenex DNA und vor allen Dingen auch sehr, sehr gut, was ihr in Europa bewegt und ich hoffe, dass jetzt auch die Politik euch noch mal ein bisschen Rückenwind gibt und ja, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis bald. Ciao, ciao. Danke euch für das Vertrauen und für die Gelegenheit heute hier in dem Podcast. Vielen Dank.